Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir sind jetzt mit Ray daherkommen. Aber mitten in der Nacht möchte ich das nicht unbedingt machen. Warte mal. Gibt es da nicht vielleicht irgendwo noch eine Matratze, auf der wir vielleicht schlafen könnten? Ah, den kannten wir doch gar nicht. Okay. Ah, Elexit. Dann können wir gar nicht beten. So, was zum Schlafen. Ah, okay. Lohnt es sich da reinzuschauen? Ich weiß es nicht. Lohnt Park. Oh. Oh. Da unten ist noch was abzubauen. Das ist die Frage. Gibt es hier noch irgendwo die Möglichkeit? Warte mal. Vielleicht haben wir da oben was drinnen benutzen. Handgranaten. Okay, auch nett. Gut, und jetzt runter. Wenn die Viecher nicht wären. Eigentlich ganz nett hier. Dietrich. Öllampe. Okay. Aber ging es in den Schlafsack? Gabel, Krug, Eiltrank. Löffel. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, ja, ja. Schauen wir mal kurz da runter. Wozu wollte ich eigentlich nicht runter? Aber es geht wahrscheinlich schneller. Okay, dafür ist es jetzt zu dunkel. Da haben wir Licht. Letzter Brot. Eiltrank. Was haben wir da? Eine Wasserflasche? Ah, ein Schlafsack. Bis zum Morgen. Ein Schlafsack. So. Was haben wir da noch? Schäfebrocken. Eisen jetzt? Okay. Da ist Schrott. Eisenerz. Wenn es umhoffen, was zu finden, ist gar nicht so leicht, gell? Ah, da könnten wir wieder kochen. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir das da nehmen. Das da. Und dann würde ich sagen, gehen wir hoch, oder? Ist da sonst noch was? Nein. Nö. Seelenkraut. Okay. Psst. Ah, da haben wir wieder die Station da unten. Okay. Da haben wir ja da in der Gegend jetzt sogar schon zwei Teleporter aufgedeckt. Okay. So, und jetzt gehen wir hoch und müssen schauen, ob wir die Mission erledigen können. Vielleicht. Okay. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Ah. Okay. Was ist da unten? Leo. Okay. Den dürfen wir nicht abknallen. Was ist da? Bandit. Oh. 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 Okay. So, jetzt brauchen wir Wechsel und zwar auf den da. Bist du ein Bandit oder nicht? Wenn ich das jetzt hin... Leo, von dir wollen wir gar nichts. Du lass uns in Ruhe. Da ist der Leo und da ist ein Bandit. Passt, der ist schädlich. Da kommt der nächste. Das ist nur eine Ratte. Die Ratte ist mir relativ egal. Ich helfe dir! Das ist der Leo. Oh, 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 oh. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich helfe dir! Zieh die Ballen hinter mir! Jetzt geht's rund! Okay, so! Na komm! Was ist das? Dankeschön! So, aber jetzt ist der Leo auch tot, oder? Bandit! Das Vieh! Haben wir da auf den Kummer leben lassen! Nein, da ist doch gut! So, da haben wir einen Stechbrief! Dann schauen wir mal, was da noch so alles gibt! Jetzt müsste ich ja hier zumindest mal frei sein! Energiezahlen! Das hat ganz gut aus! Wenig brauchbares in den Trümmern hier! Oh ja! Ich losse! Okay! Bank! Da ist nix! Elektrischrad! Energiespeicher! Alte Münze! Gold! Oh du! Aha! Nein! Guten Morgen! So! Gut! Was haben wir da? Anleitung! Großer Heldrank! Ist okay! Nehmen wir! So! Da kommen wir nicht rein! Okay! So! Ahhhh! Wir müssen weitersuchen! Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will! Hm! Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment nun, sagen wir mal, er ist verhindert! Hm! Das ist ungefähr so wie, er ist beschäftigt! Aber ich erzähle sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben! Aha! 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 was weiß ich schon macht er mit ich also von dem sogar ist noch dran so gerade noch brauchbare tipps um sogar ein edan bist du ein gesuchter mann so wichtig bin ich nicht nur weil du bei mason ein steckbrief von mir gefunden hast heißt das noch lange nichts noch haben wir nicht alle steckbriefe gefunden wir müssen weiter suchen bevor mich noch jemand findet der die belohnung anstreichen will gibt es da noch etwas was du mir sagen willst ich habe im moment nichts neues aber vielleicht fällt mir noch etwas ein wenn das so ist dann sage ich dir bescheid aber vielen dank erst mal wenn du so weitermachst besteht für mich ja vielleicht doch noch hoffnung mhm interessant so ich hätte ja gerne richtig viel elixit damit ich mir die rüchstern kaufen kann aha das ist eine hauptmission ähm karte zum leut okay was haben wir jetzt noch offen also wir hätten da da brauchen wir nichts machen bei den beiden intervarm das schrott sammeln schichtwechsel das lösegeld ja liebesversteck schauen wir mal wo das ist das ist da unten wir sind aber jetzt da also eigentlich gar nicht so weit schauen wir uns das an schauen wir mal wo das ist dafür müssen wir in die richtung haben wir den schon ausgeweidet ja das Vieh auch ja ja warte mal da müssen wir doch eh da rüber ähm bitte nicht vorbei danke das war knapp was ist das da vorne das ist doch die kuppel wo wir ihn in Dings gehabt haben vorher die wir ja doch jetzt rekrutiert haben genau jetzt ist er ja gar nicht mehr da jetzt könnten wir uns nach Herzenslust hier bedienen wobei wir das schon gemacht haben ähm das Viehs kaufe ich mir mach komm fast oh dankeschön was haben wir da Forschungsnotizen okay ein Tank kaputten Ein- und Ausgang ja ja nee ist klar darüber oder was ja okay ähm dann schauen wir mal doch woanders hin aber was hält man noch warten auf Rat im Namen der Familie ja okay das kenne ich idan das haben wir doch schon oder müssen wir das nur noch abgeben irgendwo missionsziel machen wir mal das wir haben ja in dem in dem Lager das war ja das wo wir den anderen rekrutiert haben haben wir doch eine Nacht verbracht deswegen schauen wir einfach mal jump jump So, Shammammai. Gut. Reicht schon. Der ist schon tot. Ich brauche nur einen Beißer. Und dahin jetzt? Dahin. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, aber da waren wir doch schon. Haben wir da irgendwas vergessen zum Quest abschließen? Hm. Wir könnten nochmal schlafen bis Mitternacht oder so. Aber den Weg höchter. Nicht schön. Amina? Du wirst mich noch kennenlernen. Oh, da war noch mehr. Ähm. Acht? Okay. Jetzt können wir wieder zurück. Noch einer? Oder war es das jetzt? Dankeschön. Das war wohl nichts. Okay. Also müssen wir... Die zwei. No. Bin ich jetzt ganz doof? So. Komm hier. Eins. Zwei. Also. Eins. Zwei. Geht ja auch nicht. Moment mal. Das ja. Das ja. Das ja. Das ja. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, nein. Wenn ich nach links gehe, nein. Ah. Ah, komm. Ja. Noch blöder geht's ja nicht so. Gut. Schaut interessant hier aus. Oh. Ring der Verteidigung. Okay. Abbauen. Mitnehmen. Das heißt, wir sind da eigentlich gerade mitten in einem Banditenlager oder was? Schaut fast so aus. Okay. War eine alte Mine oder so. Keine Ahnung. Gibt's da? Gar nichts. Okay. Oh. Ach da. Oh. Ach da. Kopf hat. Abs. Was? Acht. Ach, da oben. Okay, der ist hinüber. Nee, die brauche ich gerade nicht. So. Na komm, fall um. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Warum? Ich finde das gerade voll angenehm hier. Da liegt die andere Leiche. Okay. So. Schauen wir mal da nach oben. Oder schauen wir zuerst in der Ebene. Da haben wir ein schönes Banditenlager erwischt. Gut, im Radio hören wir nichts. Gutes Messer. Nein, Gabel. Da ist sonst nichts. Krug. Mhm. Zigaretten. Betten. Elixit. Graftsack. Handgranate. Okay. 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 Komm. Benutzen. Ich hätte zwar hochfliegen können, aber egal. Die Lichtverhältnisse sind grauslich. So. Gesacke geht schneller als hochklettern. Relaxiert. Da passiert nichts. Es ist immerhin schon mal beruhigend. Da ist nichts. Klettern. Geht noch ganz schön hoch, glaube ich, oder? Was? Ah. Nein. So. Ah, ein paar Siegnernführer. Gut, den haben wir jetzt gekillt. So, reicht's jetzt. Dankeschön. Bloody Ben. Oh, Gold Order. Nehmen wir mit. Elixit, Elixitbeutel. Okay, noch mehr. Steine. Relax. So. Da ist nix. Wo geht's weiter? Gar nicht. Wir sind da oben. Oh. Na gut. Aber da unten ist da auch was. Manches reicht mir hier wirklich nur, wenn man herumfliegt. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja. Das sowieso. So mit nem Banditenlager ist sich ja voll angenehm. Okay, da waren wir überall. Hm. So. Einmal hoch. Geht doch noch höher. Oh. Bandsüter. So. Äh, tschüss. Ein Plagg-Biast. Ähm. Na komm. Nein. Aua. Pam. Also, ähm, äh, äh, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen dann, ob wir das Ding hinkriegen. Ich sag, äh, Spielstand lade. Ja, also, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hochgehe. Tschüss. Tschüss. Tschüss.